Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Foto-Ausforderung und diesmal sollen wir hier Fotos machen. Und zwar bei Casa. Ich versuche es gar nicht. Ich zeige euch einfach, wo es ist. Und hier ist der gesuchte Ort. Ich pointe mich hier auf den Dirtweg. Und dann fahren wir einfach hier links rein. Fahren hier auf die Lichtung hoch. Und da sehen wir auch schon den Bus und das Foto-Equipment. Und gehen in den Foto-Modus. Und drücken ab. Ganz wichtig, euer Auto muss mit drauf sein, auch wenn es nicht gefordert ist. Und wenn dir die Folge geholfen und gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Denn das hilft mir an meinem Kanal. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020